Hallo und herzlich willkommen zum Soul Food Journey Podcast. Ich habe heute eine brandneue und großartige Folge für dich und zwar mit Bastian Neumann. Bastian ist Ernährungswissenschaftlerin und Host von einem Podcast, der Ernährungspsychologie leicht gemacht heißt. Du hörst in der Folge heute, warum Bastian selber sehr lange eine Hassliebe zu essen geführt hat und wie ihr eigener Bewusstseinswandel ausgesehen hat. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß und vor allem bitte ich dich darum, dir die Tipps zu Herzen zu nehmen und sie auszuprobieren. Herzlich willkommen, liebe Bastian Neumann im Podcast Soul Food Journey. Ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist und dein Wissen und deine Expertise und deine persönlichen Erfahrungen mit uns teilen wirst. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Kira, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich habe mich auch, also die erste Begegnung für mich, auch wenn ich deinen Namen schon hier und da mit Sicherheit über Social Media gelesen und mitbekommen habe, war so meine erste Erfahrung mit dir eine wunderschöne Überraschung in meinem Briefkasten und zwar dein Buch. Ja, darüber hatte ich mich auch schon sehr gefreut und fand den Titel im ersten Moment auch schon so, okay, erst denken, dann essen. Magst du denn, bevor du so mit deiner persönlichen Geschichte auch noch ein Stück weit einen Einblick gibst, magst du uns einmal diesen Titel erst denken, dann essen mit deinem Verständnis versuchen zu beschreiben, damit wir so einen kleinen Einblick in deine Gedankenwelt bekommen und in auch das, was hinter diesem Buch oder was in diesem Buch drinsteckt mit deinem Verständnis. Na klar, gerne. Also der Untertitel ist ja auch quasi Gewinne mit den Methoden der Ernährungspsychologie wieder die Kontrolle über dein Essverhalten zurück. Und das erklärt es auch so ein bisschen, weil wir ganz häufig ganz unbewusst essen, nebenbei essen, teilweise unser Essverhalten gar nicht unter Kontrolle haben, Dinge essen, die wir gar nicht essen wollen, obwohl wir gar nicht hungrig sind. Und dass man da einfach wieder so ein bisschen Bewusstsein reinbringt, viel mit Achtsamkeit auch, viel Ernährungspsychologie, dass man einfach wieder sein Essverhalten anfängt zu verstehen und quasi dieses Erstdenken, dann Essen. Ich kenne Situationen von mir, wo ich einfach so einen Essimpuls bekomme, wo der Kühlschrank quasi ruft, hier, ist mich auf und ich aber gar nicht hungrig bin. Und ich finde das dann immer eine total tolle Strategie, wenn man sich einfach mal für 30 Sekunden einmal so einen Break setzt und einmal sich Gedanken macht, warum will ich gerade eigentlich essen? Ich bin hungrig, okay, dann esse ich. Aber ansonsten sage ich immer, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Und deswegen einmal einen kurzen kleinen Break nehmen, einmal darüber nachdenken, was ist das gerade? Ist das eigentlich wirklich Hunger oder sind das Emotionen, die mich gerade dazu bringen, dass ich essen möchte? Stress, ist das der Belohnungsgedanke, Belohnungssystem im Gehirn oder einfach pure Gewohnheit? Und dass man da einfach sich einmal eine kurze Pause setzt, einmal überlegt, warum möchte ich gerade überhaupt essen? Und dann, wenn man merkt, okay, Hunger ist gar nicht das Problem, dann ist Essen halt auch nicht die Lösung und dann müsste man halt eigentlich lösungsorientiert vorgehen, denn Essen kompensiert das Problem für den Moment vielleicht kurzfristig, aber es löst das Problem nicht. Und deswegen finde ich dieses Erstdenken, dann Essen, ist eine unglaublich wertvolle Strategie für den Alltag. Ja. Bist du denn mit dieser Strategie, oder wie bist du für dich auf diese Strategie gekommen? Denn ich vermute mal, dass es eine Strategie ist, die dich selber auch zu den Menschen oder ein Stück weit dorthin gebracht hast, wo du heute bist, sonst hättest du dieses Buch vermutlich auch nicht geschrieben. Wie bist du denn, oder wie hat dein Weg dich dazu geführt, dir überhaupt solche Fragen zu stellen, Gedanken darüber zu machen, dich mit dem Thema zu beschäftigen und auch natürlich mit Ernährungspsychologie? Magst du uns mal so ein paar Steine oder vielleicht auch prägende Momente, Situationen aus deinem eigenen Leben erzählen, die aus deiner heutigen Sicht dazu geführt haben, dass du dich überhaupt in dieses Thema hineinbegeben hast und auch entschieden hast, dich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen? Ja, super gerne. Wie weit soll ich ausholen? Wie du magst. Okay. Also bei mir hat das Thema Ernährung schon ganz, ganz lange einen ganz, ganz großen Stellenwert oder eine große Rolle gespielt. Das fing im Grundschulalter schon an. Ganz schön, ja, ein bisschen angsteinflößend, wenn man mal so zurückdenkt, aber es war tatsächlich so im Grundschulalter. Ich habe mit sechs Jahren mit Judo angefangen. Das war so mein Sport. Sport und ich habe bei einem sehr leistungsorientierten Trainer gekämpft oder in der Mannschaft gekämpft. Das heißt, ich fing dann auch sofort an, auf Wettkämpfen anzutreten und bin da drin auch voll aufgegangen. War auch ziemlich gut, wenn man das mal so sagen darf und wurde halt krass gefördert und ja, hatte einfach irgendwie in gewisser Weise eine Karriere sozusagen vor mir. Klar, im Grundschulalter noch nicht, aber dann im Laufe der Zeit. Und im Judo ist es so, dass man in Gewichtsklassen kämpft. Das heißt, ich wurde mit sechs Jahren schon dann beim Training regelmäßig gewogen. Es wurde gesagt, bis dann und dann sollst du 28 Kilo wiegen oder wie viel man da immer wog. Genau. Und dann habe ich halt schon heimlich angefangen, mein Schulbrot wegzuschmeißen in der Schule, weil ich wusste, oh, ich werde heute Nachmittag gewogen. Ich muss das und das Gewicht haben, sonst, also ich habe kein Ärger bekommen oder so. Es wurde auch kein Druck auf mich ausgeübt vom Trainer, aber irgendwie war das auch so ein bisschen mein eigener Ehrgeiz. Ich wollte halt da kämpfen. Ich wollte meine Medaillen gewinnen und dementsprechend wollte ich irgendwie auch das Gewicht machen. Und so ging das dann über alte Jahre. Am Anfang halt noch, wie gesagt, eher spielerisch. Je älter man wurde, desto ernster wurde das Ganze. Dann irgendwann ging es auch Richtung deutsche Meisterschaften, Richtung internationale deutsche Meisterschaften, die Europameisterschaften sind, die in der Liga quasi sind. Und dementsprechend wurde es immer ernster. Und dann hatte man auch seine feste Gewichtsklasse. Und da durfte man eigentlich auch nicht raus, weil man hat natürlich, man kannte seine Gegner, man hat deren Techniken studiert und so weiter. Das heißt, das wäre eigentlich ein totaler Super-GAU, wenn man die Gewichtsklasse wechseln müsste. Dementsprechend hatte man seine Gewichtsklasse und man musste die halten. Und ich habe aber nie wirklich gelernt, was mein natürliches Essverhalten ist. Dadurch, dass ich halt von klein auf immer auf dieses Abnehmen-Zunehmen-Ding war. Also es gab auch mal Zeiten, da wurde dann gesagt, nee, bei dem Turnier sollst du eine Gewichtsklasse höher ankämpfen. Dann hat man wieder bewusst zugenommen. Das heißt, es war immer so von außen gesteuert. Und ich habe nur unter Druck quasi funktioniert. Und so ging es all die Jahre, bis ich 15 war. Und mit 15 Jahren habe ich mir dann im Training mein Kreuzband gerissen. Und die Verletzung heißt Operation, wenn man danach wieder Sport weitermachen möchte. Und das wollte ich halt unbedingt. Ich wollte wieder ein leistungsfähiges oder ein belastbares Knie haben. Operation plus ein Jahr Sportpause. Und ich hatte halt wirklich vorher jeden Tag Sport gemacht. Ich bin teilweise wirklich vor der Schule ins Fitnessstudio oder Joggen gewesen war vor der Schule. Danach ins Fitnessstudio. Danach Training. Danach selbst irgendwie Training gegeben. Das war so bam, bam, bam. Wochenends war ich dann unterwegs auf Turnieren oder Lehrgängen deutschlandweit, später international auch. Das heißt, es war wirklich alles so Sport, Sport, Sport und du musst funktionieren. Und dann halt, als die Verletzung da war, bin ich erstmal in so ein Loch gefallen. Der Lebensinhalt war irgendwie weg. Ich habe mich auch ein bisschen selbst bemitleidet in der Zeit, muss ich sagen. Und natürlich fiel dann auch irgendwo so ein bisschen der Sport weg, die Bewegung, der zusätzliche Kaloriendefizit und der Druck auch, dein Gewicht zu halten. Ich wurde ja plötzlich nicht mehr kontrolliert von meinem Trainer. Und dann habe ich in einem Jahr Sportpause plötzlich ganz schnell zugenommen. So im ersten Jahr waren es dann zwölf bis, ja, zehn bis zwölf Kilo. Und ich war super unglücklich. Ich war immer so ehrgeizig in meinem Leben, wenn ich gesagt habe, ich will bei dem Turnier irgendwie gewinnen. Dann habe ich mich auf meinen Arsch gesetzt und dafür gekämpft und habe es dann auch geschafft. Und so kannte ich mich. Und mit der Ernährung habe ich es plötzlich nicht in den Griff bekommen. Das war wie verhext. Ich habe mir so Selbstvorwürfe gemacht und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe so viele Diäten, alles Mögliche ausprobiert. Und naja, aber dann dachte ich mir irgendwann, okay, das Jahr Sportpause neigt sich dem Ende. Wenn ich wieder mit dem Judo anfange und quasi wieder meinen alten Alltag habe und kontrolliert werde und so weiter, dann wird das schon passen. Und ja, dann bin ich zum Training. Das erste Mal nach einem Jahr hat mich super doll gefreut. Und beim ersten Training hat mein Knie dann halt wieder weiter nachgegeben. Wurde nicht richtig operiert. Zweites Jahr Sportpause. Noch mal so plus zehn Kilo. Noch mehr in so ein Loch gefallen. Irgendwann habe ich auch so ein bisschen das Vertrauen in mein Knie verloren und dachte so, okay, wird wahrscheinlich nie wieder die Stabilität haben, wie es mal war. Habe aber trotzdem gesagt, ich fange wieder mit dem Judo an und habe dem Trainer Bescheid gegeben, ich komme zurück und so. Und nach dem zweiten Jahr quasi war ich dann wieder auf der Matte. Hatte aber ziemliche Angst und irgendwie echt so ein bisschen so ein Trauma, mein Knie zu belasten. Und so habe ich aber trotzdem gesagt, I do it. Ich will es. Und diesmal hat dann mein Knie drei Monate gehalten und dann ist es wieder gerissen quasi. Also drittes Jahr nochmal plus zehn Kilo. Insgesamt habe ich dann so knapp 25 bis 30 Kilo. Also zwischendurch hatte ich mal wieder ein bisschen abgenommen, ein bisschen zugenommen. Aber unterm Strich waren es dann so um die 25 bis 30 Kilo, die ich dann nach diesen drei Jahren obendrauf hatte. Und das ging halt überhaupt nicht in mein Weltbild, weil ich war immer so wie sportliche Ehrgeiziger. Und plötzlich haben mich die Leute nicht mehr so wahrgenommen. In der Zeit habe ich auch viele neue Leute kennengelernt und die haben mich niemals als die sportliche Bastian, was irgendwie so in meinen Augen meine Identität war, was rückblickend ein bisschen ist. Ich mache mich natürlich nicht nur daraus irgendwie, bildet sich nicht daraus meine Identität. Aber in dem Moment, klar, man war jung. Das war irgendwie halt ich. Und plötzlich hatte ich so einen Identitätsverlust. Wer bin ich jetzt überhaupt? Wenn die Leute mich kennenlernen, wodurch zeichne ich mich überhaupt aus? Dadurch, dass ich übergewichtig bin, sagt man jetzt das, ach Basti, hier die mit dem Übergewicht. Und das war halt für mich ganz schrecklich. Und ich habe mich lange, lange damit beschäftigt, wie gesagt, wirklich. Aber tausende Diäten versucht. Bin immer wieder gescheitert, weil ich einfach nicht diese normale oder gesunde Beziehung zum Essen hatte. Ich hatte einfach eine gestörte Beziehung zum Essen. Ich habe halt immer für die Turniere gehungert und danach wieder gefressen. Und dann, wenn das nächste Turnier anstatt bestand, wieder gehungert und danach wieder alles obendrauf. Also ich habe wirklich nur von so extrinsischen Faktoren quasi irgendwie meine Motivation gezogen und nicht von innen her aus. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, da war ich dann tatsächlich auch gerade 19, habe gerade mein Abitur in der Tasche gehabt. Und dann war so diese Entscheidung, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich habe mir lange Zeit gelassen für diese Entscheidung. Ich war noch ein Jahr auf Weltreise. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, wow, Bastian, das ist doch klar, was du machen willst. Du interessierst dich so sehr für dieses Thema Ernährung. Mach doch einfach das Hauptproblem in deinem Leben zum Hauptmittelpunkt und studiere Ernährungswissenschaften. Und genau, das habe ich dann auch gemacht. Bin dann extra einmal quer durch Deutschland gezogen, ganz aus dem Norden, aus Lübeck nach Stuttgart. Weil das so beste Uni sein soll, habe ich gesagt, wenn schon, denn schon. Genau, und habe es dann studiert und habe aber ganz schnell gemerkt, wow, Wissen ist irgendwie auch nicht alles. Ich weiß jetzt zwar ganz genau, wie mein Körper funktioniert, was da biochemisch abgeht, wenn ich das und das esse. Aber ich konnte das so gut ausblenden. Und das war halt der Moment, wo ich dann mich immer mehr mit Ernährungspsychologie tatsächlich auseinander gesetzt habe, weil ich gemerkt habe, okay, Wissen alleine ist nicht alles. Man muss halt schauen, warum setzt man das eigentlich nicht um? Das ist auch das Ding, was ich immer gerne so kurz fasse, wie ich das beschreibe, was ich mache. Jeder, der abnehmen will, weiß, dass der Apfel besser ist als die Schokolade. Das braucht man nicht zu erklären. Und das ist halt dieser Faktor. Ich gehe jetzt eher darauf und schaue, warum greifen die Leute zur Schokolade, obwohl sie wissen, dass der Apfel besser ist. Was steckt dahinter? Und das sind halt ganz viele psychologische Faktoren. Ja, mit dem Essen kompensiert man halt ganz viel und dass man da so ein bisschen hinterschaut. Und das ist so meine Geschichte quasi, wie ich dazu gekommen bin zu diesem Thema und warum ich da wirklich mit Herzblut und wirklich großer Leidenschaft hinterstehe. Ja, ich glaube, das hört auch jeder raus. Dass die Worte aus Leidenschaft und von Herzen kommen, das kann, glaube ich, jeder spüren. Und vielen Dank auch für dein Vertrauen und für deine Offenheit, dass du deinen persönlichen Weg mit uns geteilt hast. Ich finde das immer sehr, sehr schön. Und es ist ja auch nicht für jeden selbstverständlich, dass er so offen über seine Geschichte sprechen kann oder vielleicht auch noch nicht. Auch das war ja mit Sicherheit nicht immer so, dass so eine Offenheit und auch so ein Bewusstsein von sich selbst vorhanden war, dass du so klar darüber sprechen konntest, was zu dir passiert ist, auch in dir. Absolut. Also hast du absolut recht. Ich habe ja letztes Jahr auch mit meinem Podcast gestartet, Ernährungspsychologie leicht gemacht. Und das war halt so bei mir der Punkt, wo ich damit so in die Öffentlichkeit gegangen bin. Klar, mein Umfeld wusste das soweit. Aber es war natürlich im ersten Moment schon so, okay, ich gebe jetzt irgendwie bekannt, dass ich ein ganz gestörtes Verhältnis zum Essen habe und erzähle das einfach viel zu der Welt hinaus. Ich habe einfach wahnsinniges Feedback bekommen und auch das Feedback, dass ich so vielen Leuten damit schon helfen konnte, allein nur mit dieser Geschichte, weil die Leute dann gemerkt haben, hey, ich bin mit meinem manchmal merkwürdigen Essverhalten gar nicht so alleine und dass das allein die Leute schon so bestärkt hat. Und deswegen stehe ich da jetzt so einhundertprozentig hinter und stehe dafür mit meiner Geschichte. Ja, ja, ich finde das ganz toll. Und ich wünsche auch, dass es immer mehr Menschen gibt und werden, die ihre eigene Wahrheit, ich nenne es mal so, eigene Wahrheit aussprechen und auch teilen. Weil ich glaube, dass genau das den Menschen auch zu dem Menschen macht, der er wirklich ist und warum er hier ist. Das bist ja du. Ja, genau, das ist das auch, was ich so im Nachhinein sage. Klar, währenddessen war das eine dramatisch schlimme Situation für mich, so mein ganzes Leben, ein vermeintliches Leben ging irgendwie in die Brüche. Aber so im Nachhinein denke ich mir so, everything happens for a reason und deswegen sitze ich jetzt hier und mache das, was ich machen kann und darf gerade und bin vollkommen erfüllt. Und deswegen sage ich mir, es sollte vielleicht einfach so passieren. Und dadurch habe ich jetzt quasi die Rolle in meinem Leben gefunden, die ich jetzt habe und bin super glücklich. Ja, voll schön. Ich habe ja auch natürlich in deinem Buch gestöbert. Ja. Und mir ist ein Wort immer wieder aufgeploppt und ich glaube, ich fände es selber ganz wichtig, dass wir einmal etwas tiefer über den Begriff Kontrolle sprechen. Also glaubst du, dass es das Ziel oder dass es, ja doch, dass es das Ziel für Menschen ist oder auch mit den Menschen, mit denen du arbeitest oder auch auf deinem eigenen Weg? Inwiefern hat da Kontrolle eine Rolle gespielt oder sollte sie spielen und spielt sie? Okay. Also was verbindest du mit dem Wort Kontrolle auf diesem Weg zurück zu einem gesunden Essverhalten und einer gesunden Beziehung zum Essen? Superschön, dass du das so rausgesucht hast, weil es bei diesem Wort tatsächlich manchmal auch so ein bisschen, es manchmal fehlverstanden wird, also nicht so wie ich es meine. Genau deshalb habe ich es rausgepickt. Ja, superschön. Weil Kontrolle wird häufig verbunden mit so kognitive Kontrolle. So mache ich das jetzt, so rede ich mir ein, so muss ich essen und darf nicht anders. Und im Prinzip ist es genau das Gegenteil. Ich rede halt Kontrolle, ich rede eher vor der körperlichen Kontrolle. Also ich war halt lange so kognitiv-kopfmäßig gesteuert und habe mir gesagt, ich darf nur noch Low-Carb essen, ich darf nach 18 Uhr nichts mehr essen, ich muss zwischen meinen Mahlzeiten fünf Stunden Pause lassen und so weiter. Also war alles kopfgesteuert. Und ich hatte halt diese starke Diätmentalität, nenne ich es mal. Also durch die ganzen Diäten, es waren so ganz, ganz viele Dinge in meinem Kopf. Und genau das müssen wir eigentlich ablegen. Weil diese kognitive Kontrolle ist definitiv stark, bei einigen stärker, bei anderen weniger stark, aber sie ist einfach nicht konform quasi mit dem, was wir körperlich brauchen. Da wir einfach unsere körperlichen Signale komplett ausschalten. Ich wollte ja abnehmen, also wenn mein Körper mir gesagt hat, ich habe Hunger, habe ich gesagt, leider noch mehr. Ich zögere die Hungerphase noch mehr heraus. Das heißt, es ist immer entgegen des Körpers. Und ich bin dann zwischen der absoluten Überzeugung, also ich halte nicht mehr so viel von Diäten bis hin zu gar nichts. Und dass man halt mit dem Körper interagiert. Und der Körper, der ist so unglaublich schlau. Und das ist genau nicht mal Hokuspokus, sondern es ist wirklich alles biochemisch nachmessbar quasi, dass wir durch Hormone quasi genau mitgeteilt bekommen, was wir brauchen. Wenn wir Hunger haben, wenn wir satt sind, sogar was für Lebensmittel wir gerade brauchen. Wenn wir irgendwie ein, unser Elektrolytenhaushalt zum Beispiel durcheinander essen, haben wir Hunger auf was Salziges. Also selbst sowas kann uns der Körper sagen. Und das kriegen wir alles nicht mit, wenn wir nur mit dem Kopf funktionieren. Und das tun die meisten von uns, weil wir alle irgendwie dieses Bild haben von dem Covergirl der letzten Zeitschrift und wollen genauso aussehen. Und dann sagen wir, du Körper, du hast gar nichts zu sagen. Ich entscheide jetzt. Und ich ist in dem Fall der Kopf. Und was ich halt, wo ich jetzt hinziehe, ist wirklich dieses intuitive Essen, dass wir wirklich wieder auf unseren Körper hören und dann ganz automatisch wieder diese natürliche Kontrolle haben. Unser Körper weiß ganz genau, wann wir was brauchen, wie viel, was wir brauchen. Und wenn man das wieder raus hat, dann wird das Essen einfach wieder so einfach. Und genau das war das, was ich halt in meinem jüngeren Alter nie gelernt habe, dadurch, dass ich halt immer von außen funktioniert habe. Und wenn mein Trainer mir gesagt hat, nächste Woche aber minus zwei Kilo, dann hat mein Kopf gesagt, okay, Challenge accepted. Ich nehme zwei Kilo ab und habe mir halt alles verboten und habe meinen Körper währenddessen ignoriert. Also Kontrolle ist in diesem Fall wirklich eher diese gesunde, natürliche, körperliche Kontrolle wieder zu erkennen und die auch zuzulassen. Ja. Ich glaube, es war auch ganz wichtig, das nochmal so etwas detaillierter zu beleuchten. Weil Kontrolle ja für viele sofort mit dem Gefängnis, in dem sie sich befinden, verbunden ist. Und Kontrolle ja auch oftmals damit zusammenhängt, dass ich da bestimmte Blacklists in meinem Kopf führe von richtig und falsch. Und eigentlich darf ich gar nichts, aber irgendwas muss ich ja essen. Ja. Also da spielt ja Kontrolle immer eine ganz große Rolle. Und ich habe erst gestern in einem Einzelcoaching war auch Kontrolle wieder Thema. Ich glaube sowieso, dass jeder Mensch dieses Gefühl von Kopf gesteuert in Bezug auf sein Essverhalten, dass das sehr, 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 sehr viele Menschen kennen. Wo ist denn aus deiner Sicht der Unterschied, wenn man das überhaupt so klar trennen kann oder auch beschreiben kann, wo ist denn für dich der Unterschied zwischen der denkenden Kontrolle und diesem denkenden Essverhalten und dem emotionalen Essverhalten? Das Denken der Essverhalten, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, sind glaube ich so die Regeln, die man sich selbst auferlegt im Bewusstsein. Das heißt, du triffst eine bewusste Entscheidung. Entscheidung, das erlaube ich mir und das erlaube ich mir auf gar keinen Fall, weil das hat ja drei Kalorien zu viel, so ungefähr. Also diese bewussten Entscheidungen, das darf ich nicht und das verbiete ich mir. Zu verboten kann ich gleich auch nochmal was sagen, ganz, ganz negatives Essverhalten, aber es ist immer eine andere Sache. Und das Emotionale ist halt etwas, was eher unbewusst stattfindet. Wir merken halt einfach, wir sind gerade irgendwie gestresst, wir sind unglücklich, wir haben gerade ein Tief. Und wir haben aber in unserer Vergangenheit gelernt, und zwar unbewusst, dass Essen uns immer so ein bisschen pusht. Essen führt dazu, dass wir Glückshormone ausschütten, das ist einfach so. Das ist auch ganz klug so veranlagt evolutionär, dass wir einfach, also klar, heute haben wir nicht mehr die Möglichkeit, glaube ich, aus Versehen zu verhungern, aber ich glaube früher, wenn da der Körper sich nicht gemeldet hätte, irgendwie, hey, ich brauche jetzt was zu essen, dann wäre das vielleicht doch mal passiert, wo man noch nicht so eine große Essensauswahl hatte, deswegen ist es auch ganz schlau evolutionär so gemacht, dass Essen uns glücklich macht und wir deswegen danach streben auch zu essen. Und das haben wir halt gelernt in der Vergangenheit, belohnungsassoziiertes Lernen nennt sich das auch. Und das heißt, wenn wir einfach mal einen Tiefpunkt haben, weil wir gerade irgendwie echt traurig sind, weil wir gerade Streit mit unserem Partner haben, dann ist das teilweise eine komplett normale Kompensationsstrategie, dass wir zum Essen greifen, um uns halt wieder so ein bisschen aufzupuschen, ein bisschen glücklicher zu machen. Aber das ist halt etwas, was sehr unbewusst stattfindet und wo ich dann auch sehr, sehr gerne mit Achtsamkeitsübungen rangehe, weil das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges, Achtsamkeit beim Essen. Ja, ja. Spannend. Und du hast doch gerade schon die Verbote ganz kurz angesprochen und auch die Verbote oder auch diese, das sind ja meistens wirklich ganz lange Listen, die, naja, die Menschen in sich tragen können. Und es ist ja auch Teil der Fünf-Wochen-Challenge in dem Buch. Genau. Spät ja auch Verbote eine Rolle. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, direkt am Anfang. Ja. Weil es eben, ja würdest du sagen, es ist so der Staat oder könnte der Staat sein, sich darüber, über die Auseinandersetzung mit den Verboten, mit den eigenen Regeln von richtig und falsch oder auch wenn dann Abhängigkeiten, die im Kopf entstehen oder vorhanden sind, könnte das wie so ein Startschuss sein, damit zu beginnen, sich dem überhaupt zu öffnen? Oder warum hast du Verbote für den Anfang gewählt? Ja, ich habe das ganz bewusst an den Anfang gesetzt, weil wir uns alle oder zumindest die, die schon mal so eine Diätkarriere hinter sich haben oder noch nicht mal. Ich glaube, wir alle haben so leichte Vorstellungen, weil die auch einfach durch die Medien transportiert werden, was man essen darf und was nicht. Was böse Lebensmittel sind und was gute Lebensmittel sind. Meist hängt das mit der Kaloriendichte zusammen und so weiter. Und das prägt halt diese, habe ich vorhin schon mal angesprochen, Diätmentalität. Und solange wir in dieser Diätmentalität leben, kommen unsere Regeln von außen. Das ist wieder die kognitive Steuerung. Und die kognitive Steuerung steht einfach in Konkurrenz zu unserem natürlichen körperlichen Essverhalten. Das heißt, solange wir immer noch sagen, das darf ich nicht, hören wir halt auf, auf unseren Körper zu hören. Und ich finde, das ist einfach, Verbote sind etwas ganz, ganz, ganz Schwieriges, wenn man die einfach jahrelang irgendwie für sich aufgebaut hat und davon überzeugt ist, die irgendwo so sehr im Gehirn verankert sind und man dann im ersten Moment so ist, nee, stopp mal, wenn ich mir jetzt erlaube, Schokolade zu essen, dann nehme ich ja zu. So, und deswegen wehren sich da viele, ganz viele am Anfang und sind dann auch so ein bisschen, hey, das geht ja in eine voll andere Richtung. Wenn ich abnehmen will, dann muss ich doch auf alles verzichten, dann darf ich doch nicht die Dinge essen. Kurzzeitig stimmt das auch, aber wenn man langzeitig, langfristig denkt, dann ist das schon sehr sinnvoll. Denn wenn man sich dauernd Dinge verbietet, das setzt uns unter Stress, unter Druck. Stress führt zu Stresshormonen. Stresshormone führen in unserem Gehirn zu Veränderungen, aktivieren quasi den präfrontalen Kortex, was unter der Stirn liegt, wo die Kontrolle drin liegt, wo die Achtsamkeit drin liegt, das bewusste Handeln und aktiviert das Reptilien-Gehirn im Hinterkopf, wo das primitivere Verhalten verankert ist, wo wir einfach unbewusst handeln und einfach situativ bedingt immer mit dem Hintergedanken, wir müssen überleben und überleben heißt auch gleich essen. Das heißt, Essen ist eine gewisse Lebensabsicherung. Also wenn wir unter Stress stehen, aktivieren wir unser Reptilien-Gehirn und fangen dann häufig an, einfach mehr zu essen. Stress. Und das sind halt wieder diese Verbote. Das heißt, wir machen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir uns verboten haben, wenn irgendwelche Drucksituationen kommen, wenn Stress kommen, wenn Emotionen kommen und wir stellen dann automatisch quasi durch die Verbote bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Ernährungsweisen auf ein Podest. Die sind halt irgendwie verboten, aber dadurch gleichzeitig irgendwie attraktiv, reizvoll und wenn dann die kognitive Kontrolle nachlässt, sind das die ersten Dinge, an die wir uns wenden. Und deshalb sollte man die kognitive Kontrolle auflösen. Man sollte Verbote auflösen. Es ist alles erlaubt. Selbst wenn man Schokolade isst, kann man irgendwie eine tolle Figur bekommen und kann Gewicht verlieren und eine gesunde Beziehung zum Essen haben. Wichtig dabei ist halt wieder die Achtsamkeit, dass man halt wirklich, wenn man die Lebensmittel isst, wirklich bewusst ist. Dass man aus dem Essen, ich sage immer, eine eigene Aktivität macht, dass man das Essen wieder anfängt zu zelebrieren und nicht irgendwie in der Ecke sitzt und so. Das kenne ich nämlich auch von mir, wenn ich da mal Schokolade oder so gegessen habe. Oh, hoffentlich kommt jetzt keiner rein. Ich muss das jetzt ganz, ganz schnell essen, solange keiner guckt. Und dann isst man das mit einem verdammt schlechten Gewissen und auch sehr unbewusst, wenn man will es gar nicht wahrhaben. Man drückt das irgendwie so vor sich weg. Und deswegen, wenn man dann am Abend fragen würde, hey, was hast du heute eigentlich gegessen? Die Schokolade würde man wahrscheinlich nicht mehr mit aufzählen, weil die ist einfach so weggerutscht. Das weißt du nicht mehr. Deshalb, wenn man etwas isst und auch wenn das eigentlich als verboten galt, dann man darf das ruhig essen, aber halt wirklich bewusst und wirklich genießen. Wenn man dann teilweise manchmal zwei, drei Stücke Schokolade isst und die so sehr genießt, dann ist man danach befriedigter, als wenn man eine ganze Schokolade nebenher gegessen hätte oder mit schlechtem Gewissen. Ja, weil du es halt auch wirklich erlebst mit Achtsamkeit, weil du dann in dem Moment bist und auch wirklich mit allen Sinnen dabei bist und dieses Stück Schokolade eben dann irgendwann mit Übung oder mit Wiederholung dir genau das gibt, was dir vielleicht gedacht nur eine Tafel geben konnte vorher. Ja, weil wir haben einfach immer eine gewisse Belohnungshaltung, auch wenn wir essen, denken wir irgendwie das und das, bringt uns das quasi vom Gefühl und wenn wir es aber nicht wirklich bewusst essen, dann bringt uns das Gefühl es auch nicht. Dann haben wir eine Tafel Schokolade gegessen, sind aber immer noch nicht belohnt worden quasi von den Hormonen, von den Glückshormonen. Wir sind zwar satt, aber es geht in dem Fall überhaupt nicht um Hunger oder nicht Hunger, es geht wirklich um dieses hormonelle Ding. Wir haben diese Belohnungshaltung und die wurde einfach nicht erfüllt, wenn wir unbewusst essen. Und dann essen wir teilweise noch mehr und dann kommt es zu einer Heißhungerattacke und am Abend liegen wir im Bett und denken, wow, was habe ich alles gegessen, mir ist teilweise schon schlecht. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, dass mir dann teilweise echt schon schlecht war, aber irgendwie war ich immer noch unglücklich in mir und hatte immer noch diese innere Leere irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, die kann ich nur mit Essen stopfen sozusagen. Und dass man dann halt stattdessen anfängt, wirklich bewusst zu leben, bewusst zu genießen. Und das bezieht sich auch nicht nur auf Schokolade. Also ich mache das inzwischen bei jeder Mahlzeit wirklich, dass ich mich hinsetze. Keine Ablenkung, kein Laptop, kein Handy, kein YouTube, kein WhatsApp, kein Radio sogar nebenbei, sondern wirklich nur ich und das Essen. Ja, und dann ganz bewusst 20 Mal zum Beispiel kauen, da achte ich ganz doll drauf, dass man einfach auch die Geschmäcker dadurch viel intensiver wahrnimmt, wenn man dann meist immer nur so drei, vier Mal im Schnitt kaut, was viele von uns machen, runterschlinkt, währenddessen schon den nächsten Löffel irgendwie positioniert und den gleich hinterher schiebt. Und dann nehme das Essen nicht wahr. Deswegen wirklich 20 Mal kauen ist auch gut für die Verdauung und ist auch gut dafür, dass wir einfach uns mehr Zeit lassen beim Essen, denn die Sättigungssignale kommen erst so im Schnitt nach 20 Minuten an. Ja. Und bewusst Pausen einlegen, zwischendurch mal das Besteck aus den Händen lassen, das fällt auch ganz vielen ganz, ganz schwer, weil wir einfach so leistungsorientiert sind und denken, nee, warum keine Zeit zu verschwenden? Wir müssen das Essen schnell machen, währenddessen eigentlich noch die Zeitung checken und schon den Tag vorklaren. Und das geht einfach, also es ist nicht leicht, das anzufangen, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man das halt macht, wirklich bewusst schmeckt, 20 Mal kauen, keine Ablenkung und bewusste Pausen einlegen. Das sind so immer meine Top-Dinger, die ich immer empfehle, wenn es um achtsames Essen geht. Ja, mir ist auch gerade, ist mir noch so ein Satz eingefallen, früher als wir alle Kinder waren, haben wir ganz viele Eltern sagen jetzt zu ihren Kindern, sprich nicht mit vollem Mund. Auch wenn das irgendwie immer nervig und auch ein Verbot von außen war. Steckt da ja irgendwo auch achtsamkeits drinne, weil ich dadurch, sprich nicht mit vollem Mund, bin ich auch beim Essen. Und eben nicht essen und gleichzeitig spreche und am besten, so wie du erzählt hast, noch alles dazu und alles parallel machen. Und dass ich mich halt auf das, was ich gerade mache, Essen, konzentriere und dem dadurch ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit überhaupt schenken kann, wenn die ganzen anderen Medien jetzt gerade mal nicht aktiv sind. Ja, also es steckt, wie auch immer in der Psychologie meist, ganz viel auch in der Kindheit tatsächlich begründet. Also ich liebe meine Eltern über alles und die besten Eltern der Welt, meiner Meinung nach. Aber ich habe trotzdem früher als Kind teilweise manchmal vor dem Fernseher gesessen und gegessen. Ja. Und das würde ich ja zum Beispiel, wenn ich dann irgendwann Kinder habe, klar, man lernt, Eltern sind auch nur irgendwo zum ersten Mal Eltern und machen Dinge falsch. Aber das sind zum Beispiel jetzt mit dem Wissen, was ich weiß, Dinge, die ich nie wieder oder die ich bei meinen Kindern auf keinen Fall so machen wollen würde, weil da fängt das einfach schon an mit diesem unachtsamen Essen, Nebenheressen und was man als Kind lernt, das ist ganz, ganz tief in einem drin. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann versucht es wirklich irgendwie gemeinsam mit der Familie zusammen zu essen, daraus ein Event zu machen. Klar, man darf dabei miteinander reden. Also so weit gehe ich jetzt nicht, dass ich sage, okay, ihr sollt zusammen sitzen, aber ihr dürft nicht miteinander reden. Also reden dürft ihr schon miteinander dabei, aber trotzdem die Achtsamkeit nicht vergessen. Denn Studien haben belegt, jetzt nochmal um meine wissenschaftliche Seite hier raus zu holen, dass man in Gesellschaft im Schnitt 44 Prozent mehr isst. Ja, das glaube ich. Weil man einfach länger am Tisch isst. Also ich kenne das von mir, wenn ich dann manchmal irgendwie mit Leuten zusammen esse, dann sitzt man da auch manchmal gut ein, eineinhalb Stunden und wenn dann der Topf noch in der Mitte steht, dann nimmt man sich nebenbei nochmal, ach, nochmal eine Kelle, passt schon. Oder wenn die anderen noch weiter essen und du als Einzige nicht, dann fühlt sich das auch komisch an. Und zwar hast du keinen Hunger mehr, aber aus Gruppenzwang isst du auch. Und dass man sich dessen bewusst wird währenddessen. Also sehr gerne in Gesellschaft essen, aber dann Bewusstsein dafür entwickeln. Denkt an die plus 44 Prozent und achtet wirklich auf eure körperlichen Signale und hört dann auf zu essen, wenn ihr satt seid. Auch wenn auch was auf dem Teller liegen bleibt. Das ist auch etwas, was ganz vielen schwerfällt, etwas liegen zu lassen. Aber da wirklich zu sagen, hey, mein Körper hat mir gesagt, das reicht gerade. Also reicht es auch. Ja, ja. So wertvoll. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist für viele. Einfach, und wenn es nochmal ist, ich glaube, gerade solche Impulse kann man einfach nicht oft genug hören. Denn da wir wissen, was im Verstand landet, auch so schnell im Alltag wieder vergessen. Oder dann sind plötzlich andere Dinge im Alltag wieder wichtiger. Oder wir kommen unbewusst wieder Priorität. Und plötzlich stelle ich mich oder mein Essen doch wieder hinten an. Und dann ist vier Stunden später und ich habe doch noch nicht gegessen und bin jetzt eigentlich schon über den Hunger hinaus. Also all solche Dinge beschäftigen ja Menschen im Alltag sehr. Beziehungsweise sind auch so ein bisschen wie Ablenkungsmanöver oder Fluchtmechanismen, die da ja bei jedem auch schon über Jahre antrainiert sind und auch unbewusst oftmals ablaufen. Deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Also dass man sich das Wissen bewusst macht, dass es eben wirklich einen Effekt hat, wenn ich mir die Zeit nehme und wenn ich 20 Mal kaue. Selbst wenn ich das Gefühl habe, es ist schon weg. Aber dass ich halt trotzdem einfach mal versuche, dem Aufmerksamkeit, also meine Aufmerksamkeit zu schenken, ist glaube ich etwas, was den Menschen nie oft genug gesagt werden kann. Ja, absolut. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich zu 100 Prozent auch immer achtsam esse. Also selbst ich, obwohl ich das quasi zu meinem Job gemacht habe, unter anderem das Leuten irgendwie nahezulegen, funktioniere natürlich auch nicht immer 100 Prozentig. Manchmal ist man in Stresssituationen, da hat man einfach zwei Termine hintereinander, muss zwischendurch dann nochmal schnell was essen und so weiter. Deswegen erinnert euch wirklich immer wieder daran, ich gebe auch häufig mal den Tipp, dass man zum Beispiel einfach auf seinem Küchentisch, wo man isst, auf dem Esszimmertisch, einfach einen kleinen Zettel legt, vielleicht einfach nur mit einem Ausrufezeichen, so als kleiner Reminder, ach ja, da war ja was. Oder sich vielleicht die vier Dinge aufschreibt, 20 Mal kauen, Besteck beiseite legen, keine Ablenkung, Essen bewusst genießen. Dass man einfach so einen kleinen Reminder hat. Oder ich habe auch schon mit einigen vereinbart, die haben sich dann ein Armband gekauft. Und der Symbolik halt, der Achtsamkeit. Und dass sie dann wirklich, wenn sie zum Essen greifen, dieses Armband irgendwie im Augenwinkel haben und merken, stimmt, da war ja was. Eingang runter und jetzt fange ich an mit der Achtsamkeit. Und das sind immer so hilfreiche Strategien oder dass man halt wirklich klein anfängt. Also viele sind damit, auch wenn es sich so simpel anhört, aber sind damit sehr überfordert am Anfang, dass man wirklich anfängt, eine Mahlzeit am Tag. Vielleicht beim Frühstück, dass man sich da eine Viertelstunde mehr Zeit nimmt. Und oje, das steht in Konkurrenz mit dem Schlaf, aber vielleicht trotzdem ganz wichtig. Und genau, einfach eine Mahlzeit am Tag erstmal wirklich achtsam ist und dann die nächste und dann irgendwann die dritte. Und genau, dass man so nach und nach in sein Leben quasi einbindet. Und nicht gleich so von null auf hundert und dann völlig überfordert sein, sondern Step by Step. Gebt euch regelmäßige Reminder durch irgendwelche Dinge, die ihr irgendwo hinklebt oder Armband oder einen kleinen Stein irgendwie in der Hosentasche. Genau, also dass ihr da einfach so manchmal von außen nochmal dran erinnert werdet. Ja. Ich wünsche mir gerade, dass jetzt in diesem Moment, wenn das die Menschen hören, dass sie direkt einen Zettel nehmen und genau das machen und schon den ersten Schritt gehen. Weil alles, was so komplex erscheint oder bei dem so der Kopf in diesem Problemdenken feststeckt, ist runtergebrochen oder kann runtergebrochen wirklich in kleinen Schritten mit so viel mehr Spaß und mit so viel mehr Leichtigkeit gegangen werden, glaube ich, dass dieses Problemdenken auch Stück für Stück für Stück für Stück kleiner wird, was ja auch Ausmaße auf alle Lebensbereiche hat und über dein Essverhalten oder deine Beziehung zum Essen hinaus Auswirkungen hat. Und deswegen wünsche ich, dass jetzt alle losgehen, weil du es gerade so toll beschrieben hast, wie es möglich ist und wie einfach und wie klein die Schritte auch erscheinen können und dennoch große Effekte haben können, innerlich, unterbewusst und im Leben. Ja, ganz große Effekte, ganz groß. Also ich finde es auch einfach so wichtig, weil ich so häufig auch das Feedback bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, ich spüre gar nicht mehr, wenn ich satt bin. Ich höre dann auf zu essen, wenn der Teller leer ist oder der Topf leer ist. Und wenn man dieses achtsame Essen wieder einbringt, dann sagen die Leute plötzlich, wow, mein Körper sagt mir ja etwas. Ich habe einfach nur die ganze Zeit nicht zugehört. Und das ist irgendwie fast Magie, finde ich. Also wenn die Leute dann mit diesem Feedback zurückkommen, dann geht mir so sehr das Herz auf, weil dieses Spüren der eigenen Körpersignale ist einfach so wichtig. Und dass man da einfach wieder ein bisschen feinfühliger wird, dass man einfach mehr wieder bei seinem Körper ist, mit seinem Körper funktioniert, nicht gegen seinen Körper. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wissen und dass du das mit uns geteilt hast. Und ich würde gerne so abschließen, um das so ein bisschen rund zu machen, würde ich oder würde mich auch noch interessieren, was ist denn für dich die größte oder auch wichtigste Erkenntnis, die du auf deinem Weg gemacht hast, die für dich einfach, egal an welchem Punkt, aber die für dich gefühlt wie sehr, sehr entscheidend war, um in einer anderen Art und Weise zu denken. Gab es da irgendeine vielleicht Schlüssel für dich Erkenntnis, die ja auch für jeden individuell ist, doch die so richtig einmal vielleicht etwas bewusst gemacht hat, was dann die Möglichkeit eröffnet hat, in Perspektiven und in Möglichkeiten zu denken? Ja, den Punkt gab es. Essen war für mich immer eine Hassliebe. Es war von vornherein oder einfach, weil ich es beigebracht habe, Essen ist irgendwie was schlecht ist, weil dann nehme ich zu und dann die Judo-Turniere und es war immer irgendwie negativ behaftet. Und mein Umdenken, das wirklich sehr, sehr viel in meinem Leben bewegt hat, war wirklich dieses, Essen darf Spaß machen. Du darfst essen. Ich hatte in meinem Leben lang gedacht, jedes Mal, wenn ich was gegessen habe, auch wenn es so ein Apfel war, es war jedes Mal ein schlechtes Gewissen dabei. Weil alles hat Kalorien, also es ist alles irgendwie etwas, was mich potenziell zunehmen lässt, alles, was mich potenziell beim Judo irgendwie aus der Bahn wirft oder bei meinen Verletzungen noch mehr zunehmen lässt. Also jedes Lebensmittel war irgendwie schlecht, weil Kalorien drin waren. Und bei mir war ein so krasses Umdenken, als ich einfach für mich gesagt habe, ich darf essen und Essen ist was Tolles und Essen darf Spaß machen. Deswegen, ich habe, glaube ich, auch auf meiner Website, heißt es, glaube ich, auch auf meiner Über-mich-Seite, hallo, ich bin Bastian und ich liebe Essen. Lange gebraucht, dass ich das von mir behaupten kann und es mir auch erlaube und überhaupt in die Öffentlichkeit bringe, aber so ist es einfach. Ich liebe es zu essen. Und das für mich zuzugeben, das war ein, also vor mir selbst vor allem auch, war ein wahnsinniger Schritt. Und seitdem ist Essen für mich etwas ganz anderes, weil ich dadurch einfach mir erlaube zu essen, der schlechte Gewissen ist weg. Das heißt, seitdem kann ich überhaupt erst auch mit Achtsamkeit rangehen, sozusagen wieder irgendwie mit meinem Körper funktionieren. Und das war bei mir ein sehr, sehr magischer Moment. Es war kein Moment, es war ein Prozess. Also es ist nicht so, dass man heute auf morgen irgendwie Klick macht und da ist es, sondern man muss natürlich an sich arbeiten. Aber das war etwas, was sehr, sehr viel bei mir verändert hat, dass ich einfach akzeptiere, Essen ist auch gut für meinen Körper. Ich brauche Essen und wenn ich da bewusst rangehe und aufmerksam entscheide, was ich esse und dann auch aufmerksam auf meinen Körper höre und aufhöre, wenn ich genug habe, dann ist es wunderbar, weil genau das braucht mein Körper. Es ist nichts Schlechtes, es ist etwas Tolles. Und das war wirklich ein richtiger Aha-Effekt. Das kann ich mir vorstellen. Wofür bist du denn im Hier und Jetzt? Also wirklich im Moment, wofür bist du im Moment zutiefst dankbar? Jetzt im Moment bin ich tatsächlich sehr dankbar dafür, was ich der Welt irgendwie geben kann. Also wie gesagt, ich habe meinen Podcast vor einem Jahr rausgebracht und was sich seitdem entwickelt hat, ist Wahnsinn. Und einfach das Feedback der Leute, was ich bekomme, ich habe jetzt auch gerade ein kleines tief gehabt sozusagen, so ein bisschen an mir selbst gezweifelt und habe das auch einfach ganz offen im Podcast erzählt, so wie das gerade bei mir aussieht und habe eine so unglaubliche Welle an tollen Nachrichten zurückbekommen, die mich so aufgefangen haben. Und einfach dafür, dass ich irgendwie etwas in diese Welt rausgebe und so ein wunderbares Echo bekomme, ist das, was mich heute jetzt gerade, weil das gerade sehr aktuell ist, mich so unglaublich glücklich und dankbar macht und ganz stolz auch. Das klingt schön. Ich finde, das war gerade so der, ja, die größte oder eine große Bestätigung dafür, dass es auch, also dass du einfach für dich perfekt und gut bist, so wie du bist und dass die Welt dich halt auch genau so braucht, wie du bist. Und indem du jetzt mit der Folge wahrscheinlich komplett offen, authentisch und auch vielleicht verletzlich so dein, ja, dein Inneres nach außen gestülpt hast und sichtbar gemacht hast und erzählt hast, kam ja diese, wie du es beschrieben hast, Welle von Verständnis, Mitgefühl und Liebe zu dir zurück und ich glaube genau, das ist das, warum, ja, warum wir hier sind und deswegen wünsche ich und hoffe ich, dass du diesen Weg auf jeden Fall weitergehst und dass, ja, du dich immer weiter, immer mehr zeigst und dich, ja, da egal was kommt, ob das und tiefs und hochs gehören dazu. Ich glaube, das ist so der Gang des Lebens oder der Fluss des Lebens. und den einfach zu teilen, glaube ich, gibt Menschen für das eigene Leben oder für die eigene Entwicklung automatisch so viel mit und wahrscheinlich auch noch so viel mehr, als du hören kannst oder in Nachrichten bekommst, was du gar nicht erfährst. Ich glaube, das passiert dadurch automatisch, wenn du einfach du bist. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, ich danke dir und ja, bin gespannt auf Rückmeldungen, auf Feedback und kann auf jeden Fall, ich finde dein Buch auch sehr ansprechend gestaltet, muss ich sagen und ich finde auch, es passt, das muss ich nochmal kurz loswerden, es passt zu diesem Satz, den du eben gesagt hast, ich liebe Essen, denn ich, also ich für meine Verhältnisse empfinde das, wenn ich dieses Buch öffne, weil aus dem Buch, durch die Farben, durch die Gestaltung, durch das Gesamtpaket, was du damit rausgibst, finde ich, gibst du dieser Überzeugung, ich liebe Essen, auch wirklich noch etwas Handfestes, etwas Greifbares und etwas, was du Menschen mitgeben kannst. Deswegen bin ich gespannt, was so für Rückmeldungen kommen und wer und wann sich die Menschen auf den Weg begeben. Das ist super lieb von dir. Das freut mich zu hören. Also vielen Dank nochmal. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und das tolle Gespräch auch. Hat mich super doll gefreut. Das freut mich. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus diesem Interview für dich mitnehmen, dass du anfängst, beim Essen darauf zu achten, mit all deinem Sinn zu essen, bewusst zu essen, das Besteck abzulegen, 20 Mal zu kauen und wirklich mit all deinem Sinn und deiner gesamten Aufmerksamkeit beim Essen zu sein. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder im Podcast. Deine Kira Deine Kira Deine Kira Deine Kira